Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Ich sitze mal wieder in meinem PZB2. Mit mir dabei der Swigga im PZB2. Moin. Moin moin. Und auch im PZB2 der Düsseldorfer. Moin. Morgen. Wir befinden uns hier auf Minen. Wir sind unglaublicherweise toppt hier. Und wir werden drüben so ziemlich alles auseinandernehmen. Wieso schreibt der das? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Ich hatte ja keine Freunde. Ja. Und schreibt deswegen unverständliche Sachen. Ja. Fahren wir hier hoch oder? Toll, die drei ey. Auch ein überflüssiger Panzer. Noch nie gefahren. Ich hab den zwar, aber ich hab den noch nicht angepackt. Ja, den haben glaube ich alle, ne? Ich glaube auch. Da musste man sich glaube ich nur in einem Tag irgendwie einloggen und dann hat man gekriegt. Ja. Achtung, Hetzer, ne? Ach komm, jetzt stirb. Ach komm, jetzt stirb. Luchs. Luchs. Dagegen frei durch ihre Panzerung Dagegen frei durch ihre Panzerung Wir gehen mal in die Kette Bei unserem Cap ist ein Marder Wo ist der Toll die hin? Hier Zwerger, drehst du um? Ja, ich bin schon um Ja Sieht man mal, was das bringt da oben Mit dem Panzer hinzufahren Gar nichts Warum, du müsstest noch zwei machen, aber mangels Masse Oh, schönes Brett Das war eine schnelle Fahrt Dennoch zugestiegen Gewinne, Gewinne, Gewinne Ja Mein Panzer fährt und fährt und fährt Meiner nicht mehr Ja, wir haben jetzt zur Zeit so ein bisschen Leckprobleme Das geht aber, glaube ich, allen so Und wenn man dann gerade am Fahren ist, dann fährt der Panzer immer einfach völlig weiter Mal gucken Ihr werdet ja sehen, wie lange es dauert Oh, das ging ja diesmal schnell Dritte Klasse Bomben sicher habe ich gekriegt Ich habe 1352 Gefechte 76% Siegrate auf dem Teil Und meine Siegrate werde ich auch gleich mal nachgucken Das ist auf jeden Fall ein super geiler Panzer Kann ich nur empfehlen Ja Naja Bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss Ciao Ciao